servus grüß dich meine freunde hier ich wollte eigentlich nur kurz noch ein video einschieben bevor ich dann diese special woche beginne ja meine freunde und freundinnen der analogen unterhaltung ich mache zur spielmesse in essen diesmal wieder oder zum ersten mal eine special woche da ich einfach an jedem tag ein ziemlich cooles brettspiel die tage hochladen werde ich selber werde von donnerstag bis samstag vor ort sein also falls ihr irgendwo mal meine hände seht oder vielleicht meine stimme erkennt ich würde mich sehr freuen oder bekannt zu machen ansonsten erwarte ich mir von der spiel dieses jahr auf jeden fall wo ich nicht nur wegen dem brettspiel hinfahre und ja ich erhoffe mir auf jeden fall ein paar kleine und nicht so bekannte schmuckstücke für meine oder für unsere sammlung noch zu entdecken einige interessante dinge wie zum beispiel coole würfel oder spiele erweiterungen oder auch allgemein bekannte brettspiele oder coole andere sachen wie zum beispiel artbooks oder wie gesagt kleine aber feine brettspiele vielleicht sogar auch ein paar spielmatten oder ein paar schöne miniaturen und hobby tools oder pinselfarben und ähnliches wie paar gelände stücke teils tufts und für basing und sowas zu finden und werden ziemlich nice ja ähm nein diesmal fache ich auch hin weil mich das miniaturen hobby eben voll gepackt hat und mit dem anderen angebot was so angeboten wird in den meisten anderen hallen die ja komplett voll sind mit dem ganzen anderen zeug und es eher eine allgemeine hobby messe für den ganzen kram ist wie das anpinseln und basteln von armeen da stecke ich halt voll drin für die ganzen spielsysteme die wir so in den letzten jahren letzten drei jahren eigentlich so gesammelt haben seit wir das letzte mal oder das erste mal waren wir da auf der messe gewesen und es fesselt mich einfach total jawohl und das wollte ich eigentlich nur kurz loswerden das war's für den moment und an dieser stelle wünsche ich mir eben habt ihr hoffentlich auch viel spaß in essen falls ihr auf die spiel geht jetzt dann diese woche und falls ihr dort seid wie gesagt und ansonsten seid immer nett und freundlich zueinander ansonsten würde ich sagen macht doch einfach was ihr wollt wie immer und wir sehen uns im nächsten video